Oh, schöne Flagge, Girassi, nein! Führig, reingechippt auf Seru, das war die erste richtig gute Chance für uns. Nee, kriegt er halt nicht runter, ne? Boah, Fehler! Girassi! Girassi! Wir führen in Leipzig! Wir führen in Leipzig! Seru, Girassi! Junge, was für ein Fehler da hinten bei Leipzig! Bisschen Glück gehabt, Keeper war dran, wir führen in Leipzig, Junge! Wir führen in Leipzig! Ist das krass! Frechheit der Ball von Raum, Karasso dazwischen, dann lässt Girassi noch Simakon komplett aussteigen. Zack, der rutscht, der geht ans Kiosk, der Mann. Und dann zwischen Knie und Hand vom Keeper und dann in die lange Ecke. Ist das geil! Ist das geil! Wir führen in Leipzig! Boah, das ist noch mal eine eklige Szene, Alter! Pausen schuckt, Girassi stolpert und fällt den Orban rein. Also wenn der dann Elfer gibt, fände ich auch ein bisschen übertrieben. Ja, bleibt dabei. Weil das wäre so ein Thema. Also das ist für mich kein Foul an Girassi, aber auch kein Foul an Orban und auf jeden Fall auch nicht genug, um das mit dem Videoschiedsrichter als glas klare Torchance quasi zurückzunehmen. Genau das, ich habe das Gefühl, dass fast alle Spieler das Gefühl vermitteln, lasst uns hier was gemeinsam aufbauen. Und auch alle Spieler, die kommen, Stiller, Stergiu, all die was sagen in ihren Antrittsaussagen, sagen alle genau das. Sagen alle, ich habe richtig Bock hier unterschrieben zu haben. Stuttgart, geil, ich habe Bock. Fans, geil, super. Ich habe richtig Bock hier drauf. Das kann schon, wie gesagt, wir müssen nicht abheben, zweiter Spieltag. Das Spiel ist auch noch nicht rum, aber es kann schon wirklich Hoffnung machen, Mann. Boah, junge Nübel, Alter. Ach du heilige Scheiße. Orban, müssen wir auch darüber reden, kommt komplett frei zum Kopfball. Und Nübel mit der, boah, junger Vater, mit der rechten Schulter, mit dem rechten Oberarm quasi. Hexer das Ding noch raus, Eckball. Warum gibt es jetzt die Ecke nicht? Was hört es sich jetzt an, der Schiri? Ja, es ist irgendwo ein gefährliches Spiel. Orban ist aber auch recht tief mit dem Kopf. Plus, das wäre ja mein Hauptargument. Waldemar Anton ändert überhaupt nichts an diesem Kopfball von Orban. Orban führt den Kopfball ungestört aus. Der Kontakt ist danach. Anton stört Orban in nichts in diesem Kopfball. In gar nichts stört er den. Wahrscheinlich ist das dem Regelwerk scheißegal. Mir aber nicht. Alles VfB, 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 alles VfB. Es ist einfach Hashtag jetzt VfB sein. Das Ding war Quatsch. Er wurde, das muss man auch sagen, dass der Ball von Zagadou Quatsch war. Der Ball von Zagadou war auch ein bisschen Lash da nach hinten gespielt. Klar, trotzdem muss das Tor so nicht fallen. Also Nübel hat da auch absolut eine Schuld. Aber das ist fast ein 50-50-Ding. 50% Daxo, 50% Nübel. Sehr, sehr dumm und dämlich. Dass Leipzig irgendwann einen Ausgleich macht, ja, kann passieren. Würde keinen wundern. Aber du musstest die halt nicht auf die Art und Weise fangen. Das halt ist Nervige. Leipzig wird jetzt eh Druck machen. Machen sie auch weiterhin. Nein! Und da gibt es jetzt halt leider dann auch keinen schlechten Rückpass oder keinen Verteidiger oder irgendwen anders. Das Ding geht komplett auf Nübel. Und Nübel lässt durch die Hände flutschen. Oh, Panda haut ins quasi leere Tor. Aber Abseits dauert lange. Abseits! Boah, Junge, also. Das sollte jetzt ein Zeichen sein, dass wir fucking aufwachen sollten. Leipzig natürlich weiter. Druck, Druck, Druck. Jetzt sind wir zu 11. Ja, 2-1. 2-1. Schieben wir gerade lange. 10 gegen 11. Weil Karasur weggemäht wurde. Von dem Leipziger. In der Mitte ist leer. Hast du gerade gesehen. Der war nur Eckloff gegen 2-3 RB-Spieler. Und ja, Olmo aus der Drehung halt eiskalt. Was willst du da machen? Kannst du natürlich nicht sagen, ob das jetzt anders gewesen wäre. Mit einem Karasur auf dem Platz. Aber ist schon auffällig, dass du gerade 10 gegen 11 spielst. Weil Karasur raus musste, behandelt werden musste. Weil er weggemäht wurde von einem RB-Spieler. Und genau dann durch die Mitte durch. Ist komplett viel Platz da. Und er haut ihn rein. Mio hat Wadenprobleme. Der ist angeschlagen. Auch gar nicht im Kader. Ja, 3-1. Das war es dann vermutlich. Das war es dann vermutlich. Schade. Ich hätte es nicht sagen dürfen. Ich habe quasi über den gesamten Stream. Da habe ich David Raum gebashed. Natürlich auch nach seinem riesen Fehler. Vor unserem 1-0. Aber die Flank ist natürlich einfach richtig geil von Raum. Sosa und Ito. Zwischen den beiden rennt Openda durch. Openda ist auch nicht wirklich groß. Das ist nicht unbedingt ein Kopfballgeheuer, der Mann. Aber er kommt halt quasi frei zum Kopfball, weil die Flanke auch geil kommt. Aber Sosa und Ito beide nicht da. Wahrscheinlich noch eher auch Sosas Mann. Schade. So schnell geht es halt. Wir hatten es ja damals mit dem 0-4 gegen Leipzig nach dem 5-1 gegen Fürth. Jetzt hier bitte nicht das 5-0, die 5 Tore plus im Torverhältnis hier komplett kaputt machen lassen von Leipzig. Bitte nicht. Das wäre sehr, sehr wichtig. Dass das nicht passiert. Und? Ach. Wow. Gerade labere ich noch. Ich wollte gerade sagen, wenn es nur ein Torabstand ist, dann sind wir sogar noch Tabellenführer. 4-1. Jetzt wird es halt wirklich affig. Von Haraguchi. Vom Rücken von Haraguchi. Unhaltbar abgefälscht. Leipzig gewinnt das natürlich verdient am Ende. Aber du musst dich hier auch wirklich bei Gott nicht mit 3 Toren abschauen, mit einem 4-1 abwatschen lassen. Das ist maximal unnötig. Jetzt kommen wir genau in den Bereich damals. 5-1 gegen Fürth. 4 Tore besser im Torverhältnis. Und jetzt hast du wieder 3 Tore zurückbekommen. Nübel hat das Ding von... Ah, Mann, Alter. Meine Fresse, Mann. Dafür gibt es auch wirklich überhaupt keine Erklärung mehr. Und nichts schönzureden mehr für so eine Vollscheiße. 4 Tore Abstand. Der Spielverlauf gibt von mir aus 2 Tore Abstand her von Leipzig. Also 4 Tore Abstand ist nicht verdient. Aber du wirst da ausgekontert von denen. Ausgekontert. Beim Stand von 4-1. Sobald ich merke, die haben Bock und ich fange mir gerade mit jedem Schuss einen Treffer, dann stelle ich mich ab 3-1 komplett hinten rein. Super. Nochmal 2 Tore mehr kassiert. Noch ein Tor von Leipzig und der Sieg gegen Bochum war natürlich nicht unnötig. Aber der Sieg gegen Bochum war in der Höhe vollkommen scheißegal auf einmal. Und das kann es halt nicht sein, Mann. Unglaublich. Ich bin fein damit hier zu verlieren. Ist alles okay. Verlieren Leipzig. Lass sie auch 0-1 noch drehen. Alles in Ordnung. Aber nicht mit 4 Toren Abstand. Wie gesagt, gibt es Spielverlauf für mich auch nicht her. Jetzt bist du ja gerade in der Momentumphase, wo du mit jedem Schuss ein Tor kassierst. Mit jedem. Hier schreibt alle 8.000 rein. Während Leipzig zum Glück drüber schießt. 8.001. Wir haben es. Vielen Dank, Mann. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Man muss sagen, es ist nur eine Zahl. Und ob es jetzt 7.995 sind oder 8.001 ist nicht der Riesenunterschied. Aber die Zahl, die runde Zahl und so weiter und so fort. 8.000 glatt oder ein bisschen mehr jetzt auch schon. Vielen, vielen Dank, Mann. Sehr, sehr geile Nummer. Weiter, immer weiter heißt die Devise. Weiter, immer weiter. 2,69 zu 1 zu erwartete Tore. Expected Goals. Versuche mich kurz zu halten. Natürlich hier auch aus dem Affekt, aus dem Effekt raus. Wie auch immer direkt nach Abpfiff halt emotional noch. Ist kacke. Aber ich glaube, genau so, wie es die Expected Goals darstellen, wäre es auch okay gewesen. Verlier hier 3 zu 1. Ist okay. Führung war schön. War geil. War ein geiles Gefühl in die Halbzeitreinzüge mit einer Führung. Ehrlicherweise auch da halt Riesenfehler von Raum war das. Und dann halt schön gemacht von Girassi und drin. Leipzig hatte auch ein paar Möglichkeiten. Leipzig hatte zwei Abseits-Tore. Leipzig hatte... Ne, zwei. Ein Abseits-Tor? Bin gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ein Abseits-Tor, was eng war. Leipzig hatte zwei Elfmeter-Szenen. So rum war es. Wo ich sage, es ist kein Elfmeter in beiden Fällen. Aber vielleicht gibt mein Schiri da auch einen Elfmeter. Also Leipzig hat es schon dominiert. So gerade in der Halbzeit zwei. Leipzig hat viel mehr Argumente für sich. Es verdient jetzt das Spielgewinn. Aber halt nicht so hoch. Wie gesagt, Expected Goals. 2,69 zu 1. Genau so. Lasst das Leipzig 3-1 gewinnen. Alles gut. Am Ende halt komplett Momentum gefressen bekommen von Leipzig. Jeder Schuss ein Treffer. Sich auch dämlich angestellt. Hat sich irgendwie dumm noch auskontern lassen. Und dann bei so einem hohen Spielstand. Deswegen ist das das vor allem, was mich ankotzt. Dass du halt 5-1 verlierst. Es ist wirklich wie damals. Fürth 5-1 gewonnen und dann 4-0 verloren in Leipzig. Jetzt hast du 5-0 gewonnen und 5-1 verloren in Leipzig. Das ist halt maximal unnötig. Fürs Torverhältnis ist das maximal unnötig. Muss man einfach so sagen. Verliere 3-1 oder so. Und ich gehe hier ein bisschen entspannter raus. So halt wirklich dämlich. Jetzt hast du halt noch plus 1 im Torverhältnis statt. Plus 5 aus dem ersten Spieltag. Aber um auch realistisch zu sein. Nichts überzubewerten für die Saison. Wäre auch beim Unschied nicht so gewesen. Wäre auch beim Sieg nicht so gewesen. Die Saison braucht ein paar Spieltage Anlauf. Um ein bisschen was einordnen zu können. Und eben Leipzig ist auf Meisterschaftsniveau. Das ist ein Meisterschaftskandidat. Plus wir sind Abschiedskampfkandidat. So wir sind Klassenheitskandidat. Wir haben jetzt gegen Bochum Klassenheitskandidaten geschlagen. Und gegen einen Meisterschaftskandidaten verloren. Es ist halt quasi der Normalfall eingetreten. Das nervigste ist das Ergebnis. Das muss auch aufgearbeitet werden. Weil das muss so nicht passieren. Du musst hier nicht mit 5 abgeschossen werden. 3 hätten gereicht. Das ist halt ein bisschen schade. Nächste Woche gegen Freiburg. Gut, es ist auch nicht so einfach. Dreizionell gegen Freiburg. Immer so enge Partien, die wir aber immer dann am Ende knapp, auch oft unverdient verlieren. Aber dann eben die Wochen danach, nach der Länderspielpause, Mainz auswärts, Darmstadt zu Hause, Köln auswärts, da kommen Spiele, wo mehr Punkte auch einzuplanen sind und zu erwarten sind, als jetzt hier auch in Leipzig. Um es jetzt hier mal so ganz diplomatisch zu lösen. War auch ein bisschen emotional im Stream natürlich. Ganz logisch während dem Spiel live. Sehr geil natürlich heute auch gewesen. 8000 Abonnenten geknackt. Auch vielen Dank an jeden, der hier am Start ist, auch neu am Start ist, schon Ewigkeiten am Start ist. Vielen, vielen Dank. Weiter, immer weiter, was das angeht. Bis zum nächsten Mal.